Hey! Ihr seid wieder da! Hey! Ich habe gedacht, heute wir machen eine kleine Übung, wo wir ein bisschen mehr Spaß mit unserer Stimme haben können. Wir bringen ein bisschen mehr Power, aber trotzdem, dass wir das entfalten lassen können. Und es ist sehr wichtig, wenn wir auf die Bühne gehen, es ist sehr wichtig. Aber, probiere nicht perfekt zu sein. Probier es einfach zu entfalten lassen. Hier ein kleiner Tipp. Fang an zu zwingen. Und in diesen Zwingen musst du eine gute Attitude haben. Attitude heißt irgendwie so ein Puzzlesgefühl. Was hast du gegessen? Oder denk an irgendwas Positives. Dein Schatz, dein Baby. Essen. Sport. Egal was es ist. Und dann lächeln dabei. Probier es einmal noch. Ganz leicht. Atmen. Jetzt du. Lächeln genießen. Und jetzt probier es einmal mit O. Aber das O muss auch ein glückliches O sein. Okay? Oh, mein Gott, O. Schau, wie tief das geht. Oh, 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 oh. Jetzt du. O ist groß. O ist groß. Noch großer. Und jetzt zoomen und O. Zumen. O. Einmal noch just for love. und auf und zum und auf die lichte sind heiß genieße deine stimme fang an mit deiner stimme zu spielen die je mehr du mit deiner stimme spielst die je mehr will deine stimme mit dir spielen auf die bühne ich bin Liz Howard deine stimmexperten und mehr und nicht vergessen unten unten von diesem video kann man mehrere videos anschauen und mehrere tipps bekommen bye